hallo und herzlich willkommen wie schön wieder mal ein live stream und wie schön es hat auch fragen und die nehme ich gleich auf die nehme ich gleich auf und lege gleich los die frage ist nämlich du hast sie hier unten im post die frage ist nämlich was kann ich tun wenn ich in allem in allem abgelehnt werde was ich sage meine meinung taugt nicht ich bin nicht gut genug es ist nicht okay was ich mache es ist einfach nicht okay was ich mache was kann ich da tun das eine ist einfach zu dir selbst zurück zu gehen und zu wissen immer wieder zu wissen das ist der blick von jemandem auf dich und das hat in einer gewissen form in einem gewissen sinn nichts mit dir zu tun auch wenn das so schwierig scheint es hat nichts mit dir zu tun das ist der blick von jemand anderem mit seiner prägung auf dich und das finde ich einen ganz ganz wichtigen ersten schritt dass du da die möglichkeit hast und das ist eine innere möglichkeit dass du die möglichkeit hast dich zu lösen von der meinung deines gegenübers und anzunehmen dass du so bist oder das zwischendurch anzunehmen weil zwischendurch wertest du ja auch dein gegenüber ab das geht gar nicht anders da ist dann dein gegenüber nicht in ordnung dann ist dein gegenüber falsch dann ist dein gegenüber all das was du auf der anderen seite auch bist also wie kannst du ganz zu dir zurückkommen wie kannst du ganz bei dir bleiben und das ist selbstverständlich etwas das sehr viel mit eigenem selbstverständnis zu tun hat mit einem eigenem selbstbewusstsein also mit diesem selbstbewusstsein und diesem wer bin ich und zwar unabhängig davon was das außen da denkt über mich über was ich tue über was immer dann da ist im außen an bewertung also wie als allererstes als aller aller erstes wie kannst du zu dir zurückkommen wie kannst du bei dir bleiben und dich da nicht wegziehen lassen und dann so schnell beim du sein auch das zieht dich ja weg dass du zieht dich rüber wenn du erlaubst dass dein gegenüber diese kraft hat dich in schwierigkeiten zu bringen und da ist meine frage bist du bereit das zu geben das ist meine allererste frage bist du bereit zu geben dass dein gegenüber eine solche macht über dich hat ich sag das ganz extra ganz stark oder ermächtigst du dich dass du weißt was mit dir los ist also was tust du da du mit dir da kann man ja das gegenüber da draußen auswechseln weil das wäre dasselbe wenn jemand anders auf diese art und weise dir begegnen würde was würdest du dann machen selbstverständlich ist es immer so dass wenn die menschen uns besonders nahe sind das ist das verrückte an der ganzen geschichte dass die menschen die uns besonders nahe sind dass die uns am meisten in schwierigkeiten bringen und dass wir dort am wenigsten ganz bei uns bleiben können und uns auch abgrenzen können das ist eine abgrenzungsfrage die hier passiert also eine abgrenzungsfrage und gleichzeitig eine frage wie kann man nähe empfinden empfinden miteinander aber damit du ganz bei dir sein kannst und dich dann einlassen kannst bist du aufgefordert zuerst zu dir zurück zu kommen weil sonst bist du nicht erkennbar auch nicht für dein gegenüber also wie kannst du zu dir zurückkommen und dann ist die frage was brauchst du eigentlich welche gefühle werden ausgelöst und was brauchst du eigentlich du weißt dass du auf meiner homeseite der soulspeaches.com kannst du die sofort hilfe kommunikation runterladen und da hat es am schluss gefühlslisten und bedürfnislisten trag dich da ein trag dich auch gleich in den newsletter ein dann kriegst du mehr informationen also wie kannst du wie kannst du rausfinden was du gerne möchtest und welche gefühle da ausgelöst sind und das ist gar nicht eine so einfache sache häufig sind wir überfordert damit uns selbst in den mittelpunkt zu stellen darum geht es nämlich schlussendlich kannst du dich in deinen mittelpunkt stellen verantwortung volle verantwortung übernehmen für dein leben und das was dir passiert und aus diesem ich stehe hier mit mir einen nächsten schritt tun und sagen okay welche gefühle entstehen in mir wenn da draußen das passiert und ich aktiviert bin und was brauche ich was brauche ich jetzt und das ist die hauptsache dessen was du tun musst damit du in eine eigenermächtigung kommst weil du hast ja deine ermächtigung verloren du hast ja du hast das ja verloren dass du ganz bei dir sein kannst und nicht in dieser ohnmacht die du hast wenn dein gegenüber sagt du bist nicht in ordnung ich könnte ganz krass sein und sagen weshalb bist du noch da weshalb bist du noch da wenn du so abgewertet wirst was ist da was passiert da mit dir nicht mit deinem gegenüber damit du da raus kommst musst du schauen was mit dir passiert musst du schauen musst du nein du musst natürlich überhaupt nichts du siehst meine pferde galoppieren voll durch weil ich finde natürlich macht doch also du kannst wenn du das möchtest kannst du ganz zu dir zurückkommen dich abgrenzen schauen was du brauchst und schauen ob das übereinstimmt mit dem was du erlebst und dann ist die frage und was tue ich dann ganz häufig ist es in meiner erfahrung so dass wenn du dich beginnst anders zu verhalten dein gegenüber auch sich anders verhält oder dass du für dich einen platz finden kannst auf dem du klarer bist und auch abgegrenzte und gleichzeitig auch dich mehr einlassen kannst das hängt ganz nahe miteinander zusammen ob du dich einlassen kannst und gleichzeitig dich abgrenzen kannst genau versuch mal das versuch mal das zu realisieren umzusetzen und zu schauen was passiert dann und dann poste wieder und und kommentiere was da passiert ist und vielleicht brauchst du noch mal input weil du denkst nee das geht nicht das kann ich nicht das kann gut sein dann hol dir den input hier auch in der gruppe und ich bin froh wenn die gruppenmitglieder da auch mitreden ich bin ja nicht die einzige die eine lebenserfahrung hat gebt einander unterstützung oder erzählt von euch wenn ihr lust habt einen tipp zu geben dann erzähl doch von dir wie du es gemacht hast dann kann die person das nehmen oder nicht soviel für heute komm zu dir zurück und schau als erstes mal was du denn brauchst und dann kannst du weiter schauen ich wünsche euch allen hier auch die zuschauer die zuschauen ich wünsche euch echt ein schönes wochenende bei uns regnet es wieder total aber es ist wunderbar weil das grundwasser sich auffüllt ein schönes wochenende und eine gute woche bis nächsten donnerstag tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020